Hallöchen, ihr Lieben! Und herzlich willkommen, da drüben gesagt, zu einem neuen Part von Reft. Geh weg, du scheiß Haie, geh sterben. Ich hab auch unbedingt einen stärkeren Dingsbums da. Schön langsam mal. Herrschaftszeiten. So, hab ich euch jetzt richtig begrüßt, ich hoffe. Sonst nochmal, äh, Hallöchen. Na? Ja. So, weg damit, Segel, weg. So. Gut, das geht schon mal wieder. So. Das ist anstrengend. Ui, das ist gleich kaputt. Äh, mir fehlen schon wieder Planken. So, da haben wir ein Fass. So. Zack, ich muss da noch ein Stückchen rüber, glaube ich. Würdest du... So, nur so ein Stück da rüber. Wow. Ui. Nein. Das hat nicht... Na, das kann ich vergessen. Das wird nichts mehr. Nein. Das war's für den Hugo. Da müssen wir eine andere Richtung probieren. Darüber noch, in Hoffnung, dass wir da diese Strömung kriegen. Ja, und Ruhe geben. So. So. Das passt doch nicht so ganz. Echt jetzt? Würdest du? Danke. Muss ich vielleicht echt das Segel lassen, damit das so klappt. Ich dachte, wir würden dann von selber in die Richtung weiter treiben. Aber egal. So. Also, ich möchte gern... Hä? Okay, wir treiben woanders hin. Äh, was wollte ich jetzt? Ich möchte gern den Hammer haben. Ich möchte gern reparieren. Da war irgendwo eine Stelle. Hier. Die war nicht besonders gesund. So, jetzt aber. Kst. So, und... Aha, wir sind schon wieder voll. Wir sind schon wieder voll. Dass es so was gibt. Ähm. So. Geht's jetzt, ja? Bitte. Danke. Äh. Die Makrele noch braten, wenn's geht. Äh, so. Jetzt, ja. Dann den Hering. Dann... Würde ich sagen, die Rübe tun wir wieder mal braten. So, jetzt geht's. So. Dann essen. Dann trinken. So. Dann neues Wasser. So. Hier. Blanke. Mehr Blanken hab ich zur Zeit nicht. Aber jetzt. Hä? Alter Schwede, ne? So. Wir kriechen da voll am Zahnfleisch daher, ne? Ich komm wieder mal zum Baum. Da ist es schon... Also, das Spiel ist schon einfacher, glaube ich, wenn man es zu zweit spielen kann. Aber... Was soll's? Ui, ich seh da was. Ich seh da was. Segel setzen. Ungefähr in die Richtung. Bisschen mehr noch. So würde ich sagen. Da drüben. Weitere Chancen auf Scharniere und Bolzen. So. Können wir... Fast. Oha, der Hai. Was dachte ich schon? Hm? Ich glaub immer, ich hab so ein blanken Problem, ne? Dabei stehen da hinten zwei wunderschöne Bäume, die nur darauf warten, dass sie abgeholzt werden und neu bepflanzt werden. Hier da, ne? Die Beete. Oh, da hab ich auch was vergessen. So. 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 Weil ich möchte nämlich gerne zwei von diesen Wasserdingen, möchte ich sowieso gerne hier irgendwo da so hin platzieren, damit ich nicht ständig reinlaufe. Das soll den Sinn haben, aus meiner Sicht Sinn, dass wir hier immer was haben zum Bewässern. Ui, jetzt sind wir da. Langsam. Ich hoffe, das klappt hier so. Aufnehmen. Wah! Ah! Gemüsesuppe aufnehmen. Gemüsesuppe. Bolzen! Alter, ich könnte weinen. Warte! Kiste. Was mach ich denn weg? Das da. Ah! Ach Gott, das ist kacke. Aber ich glaub, das ist ja schon weg, ne? Ja. Ja. Da werden Bolzen. Ich hab schon viel zu viel gelumpert in den Taschen. Boah, das ist jetzt wieder ärgerlich. Du blödes Stück Kartoffel. Echt. Nein, wegfressen. Der Ding hat mich schon was kaputt gemacht, ne? Hab ich ein Glück. Bleibt das... Ihr bliebt das genau hier stehen. Oh! Das war jetzt grad Glück. Da, da hat er mich schon was kaputt gemacht. Mann. Dieses Viech, ne? Ich bin grad am überlegen, ob ich hier so ein kleines Eck machen sollte. Ach, was soll's. Ne Wand hin. Aha, 20 Blanken. Okay, okay. Haben wir hier vielleicht irgendwo eine? Ja, hier sind welche. So. Tab, 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 tab. So, ich will das wieder schön haben. So. Wie schaut's hier aus? Ernten. Ach, ich bin immer noch voll. Ich bin immer voll wie ein Christbaum. Baum, ein Christbaum, das ist nicht zu glauben. Das macht die ganze Sache jetzt grad nicht besser. Wo ist er denn? Ist er schon weg? Nein. Okay. Ansetzen. So. Ansetzen. Was haben wir hier? Ich trink's einfach mal. Ich hab keine Ahnung. War das jetzt Süßwasser? Ja. Passt. Alter Schwede. So. Das zu dem. Den Rest lass ich jetzt mal so drin. Ich will die Planken haben. Genau. Also kaputt hauen. Passt. So. Passt. Passt. Und so. Sehr, sehr gut. Einmal Wasser. Und zweimal Wasser, wollte ich sagen. Und zweimal Wasser. Das zweimal Wasser braucht noch. Jetzt haben wir's. So. Das eitert in Arbeit aus. Wirklich. Aber es ist eine schöne Arbeit. Das muss ich schon sagen. Ich mag das Spiel. Das muss ich. Auch wenn ich jetzt ein bisschen. Ähm. Da. Mosern du. Das ist schon in Ordnung. Das Spiel. So. Wo hab ich noch mehr? Na. Da hab ich noch eine. Wieso? Mysteriös. Und was kochen wir? Ich würd sagen den da. Da. So. Dann haben wir hier eine Kiste. Also eine Kiste sag ich schon über Fass. Ein Fassl. So. Gut. Zack. 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 Äh. So. Langsam. Gut. Aha. Das könnte ich auch herstellen. Ein Netz nehmen wir nochmal. Weil mir sind eh so viele kaputt gegangen. So. Jawohl. Sehr gut. Okay. Das klappt schon mal. Ähm. Nägel. Was soll ich denn bauen? Was soll man denn machen? Noch ein Netz könnte ich. Ach. Das lass ich jetzt mal. Die große Lagertruhe wäre auch eine feine Geschichte. Hab ich noch Scharniere? Habe ich die irgendwo hingeschmissen? Und da. Tatsächlich. Ähm. Warte mal. Ich muss die. Wow. Ich muss die Blume entsorgen. Also. Einbunkern. So. Ähm. So würde ich sagen. So würde ich sagen. Oh. Ich bin durstig. Ich bin am Verdurschen. Prost. So. Schnell. Erste Hilfe. Trinken. So. Und gleich weiter. So. Schuh. So. Da gehört noch eine Planke hin. Habe ich gesehen. So. Das müsste jetzt derweil passen. Darf ich jetzt bitte mal schauen wegen dem Baum? Und zwar würde ich gerne diese Lagertrue. Diese. Also Lagerräume direkt. Also Lagerräume. Also das ist mehr gemeint. Die große benötigt. Um mehr Gegenstände zu lagern. Drei. Vier. So. Und gleich reparieren. So. Einmal. Zweimal. So schaut das aus. Halt. So. 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 Schnell mal schauen. Da ist alles okay. Mal schauen. Da ist derweil auch noch alles okay. Hier schaut es auch noch nicht so schlecht aus. Okay. Passt. Es gibt so viel zu tun. Also ich möchte gerne. Ich probiere es jetzt mal mit dem hier. Mit der Drohe. Was die da kann. Weil da möchte ich gerne schauen. Sonst dass wir alle. Wenn die wirklich was heißt. Also wirklich was kann. Ähm. So glaube ich. Ich glaube ich tue die mal hier hin. Dass ich die dann ersetzen werde. So. Oh ja. Da hat einiges Platz. Mhm. Ja. Da werde ich schon mal. Das sehe ich schon. Da werde ich mal das. Oder soll ich mal das Essen hier reinschmeißen. Hm. Da wäre das. Das wäre schon bald besser fürs Essen. als für das Gerümpel. Was haben wir hier drin? So ein Gerümpel. Was haben wir da drin? Ja. Das lagere ich gleich mal um. So. Hier rein. Das ist besser. So. In Früchte würde ich sagen. Früchte. Gemüse würde ich sagen. Ganz unten. Fleisch und Fisch. Hä? Was ist da? Oh. Ein Fass. Jawohl. Schon wieder. Da vorne wäre schon wieder die nächste Insel. Kann ich mir einen... Ja. Geht. Ich kann ihn natürlich normal auch aufstellen. Das heißt, Segel setzen. Oder hier, mal so, ob man noch hinkommt zur Insel. So. Na. Kehrt Marsch, bitte. Ich glaube, die war in dieser Richtung. Da irgendwo. Da rüben. Okay. Ich muss das Segel noch ein bisschen wenden. So ungefähr. Mal schauen, ob wir noch hinkommen. Ob es geht. Oder ob wir schon zu weit weg sind wegen Strömung und so weiter. Lucken wir einfach mal. Okay. Das nehmen wir mit. Da kommt auch schon das nächste drauf. Blanken habe ich scheinbar keine mehr. Aber jetzt wieder. So. Okidoki. Essen wollte ich umkrempeln. Genau. Hier haben wir kein Essen mehr drin. Hier haben wir noch Essen drin. Was ich mit dem, mit den roten Beeren machen soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich lasse das jetzt mal so. Hier möchte ich gerne ein Rezept, ein Rezeptfach machen. Hier haben wir nur Sämlinge. Okay. Das passt eh. Halt. So. Also hier kommt noch rein. Die Melone. Ja. Hier hinten. Können wir eigentlich ein reines Plastikfach machen. Wäre ich schon ehrlich gesagt dafür? Ein reines Plastikfach. Haben wir hier noch irgendwo Plastik drinnen? Nein. Hoppala. Äh. Hoppala. Ich wollte mich gerade nicht hinsetzen. Ah. Ah. So. Nein. Alter Möwe. Schuh. So. Was haben wir hier noch drin? Genau. Metall. Dann haben wir hier die Nägel. Da ist noch einmal Kunststoff. Diesen komischen Klipper. Steine. Sand. Ja. Dann würde ich sagen, ähm, wie gesagt, hier ist unser Plastikfach. Hier ist unser Rezeptefach. Und hier ist unser Rezeptefach. Dann würde ich hier unser, ich sage jetzt mal, Spezialfach vielleicht machen. Kann man, das sind, den Eimer hatte ich probiert, ne, da kann man nichts damit machen. So, das werde ich auch noch da reinpacken. Sand wäre auch noch cool. Ich tauschte einmal Sand gegen Eimer, ist glaube ich besser. Weil das doch auch eine, mehr eine Rarität ist, glaube ich. So, sind wir vorbei an der Insel. Na, vorbei noch nicht so wirklich. Äh, würdest du, vielleicht schaffe ich es ja noch zur Insel. Aber ich glaube fast nicht. Lassen wir es gut sein. Die nächste dann. Gut. Da ist schon wieder Mango drauf. Heißt das? Ich wollte jetzt gerade Baum fällen. Mir ist gerade das Stecken zerbrochen. Ich höre euch lachen. Ich höre euch, bis zu mir her lachen. Das war, glaube ich, noch zu wenig, ne? Da geht doch nicht zum Kaputtmachen. Nein. Du? Nein. Müssen wir noch warten. Okay. So, was haben wir hier? Wassermelonen, glaube ich. Ja. Gibt es hier noch einen Ananas, opala, hier drin. Ananassämlinge, ja, haben wir tatsächlich noch, in der Tat. So. So. Gleich wieder wegtun. So, ist gut. Ähm, und Wasser natürlich. So. Ich brauche auch wieder Wasser und ich brauche was zu essen. So, und so. Können wir gleich das nächste Gemüse wieder grillen. Planken würde mir auch einen Haufen fehlen. Haben wir hier noch was? Nein. So. Ich trinke mal was. Zum Wohl. So. So. Da hinten fehlen fehlen Planken. Aber irgendwie komme ich gerade zu nix. Oh, doch hier ist eine. Gott sei Dank. So. Dann würde ich sagen, erst mal mal. Nom, nom, nom. Passt. Sehr, sehr gut. Ich bin immer noch nicht weitergekommen beim Hausbauen. Fällt mir gerade auf. So. Das wird nix mehr. So. Also, ich hätte gern die Treppe, würde ich dann gerne, wenn's passt, so hinbauen, dass man von außen rankommt. Das wird mir gut gefallen. Aber da fehlt uns halt noch ein Haufen Sachen, ne? So. Wie schaut's hiermit aus? Nägel fehlen. Ich mach gleich mal alles, was wir da so in den Taschen haben. Planken fehlen, selbstverständlich. Da haben wir da eine Kackmöwe. Da könnte man unsere Kartoffeln ernten. So. So. Zack, zack. Auch hier werden wir versuchen zu ernten. Würdest du? Danke. Danke. So. Und auch hier die Rüben. Sehr gut. Dann nehmen wir gleich ein Wasser mit. So. 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 Immer schnell hin und her. So. Beim nächsten Mal werde ich die jetzt mal abreißen und dann hier hinstellen, dass ich nicht so weite Laufwege habe. Zumindest ist das mal mein Plan. Und ich hoffe, dass mir das gelingt. So. So. Ein Blatt. Einmal Salzwasser. Das war hier. So. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mit. und jetzt ist wieder Kartoffelzeit. So. 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 Ich liebe diese Netze. Die sind echt cool. Muss man schon sagen, die sind wirklich genial. So. Boah, das Spiel könnte ich süchten ohne Ende. Ich bin auch schon am überlegen, ob ich mal so ein bisschen offscreen nur Material sammle. ne. Also hier die Netze rundherum versuche auszubauen, ne. Wie gehabt. Wie geplant. Darüber dann nochmal so eine Floßschicht zu bauen. Das wäre auch irgendwie unfair euch gegenüber, Weil das gehört dann irgendwie schon zum Spiel dazu, dass man sich auch hier Zeit lässt, ne. Ähm. Schuh. Ah, ich bin hin und her gelesen. Nein, das ist keine Ausrede, dass ich gerne zocken möchte und dass es mir zu lange hergeht, bis alle Parts hochgeladen sind. Ähm. Ich könnte aber auch ein besonderer Egoist sein und einfach bei Raft sagen, jeden Tag eine Folge. Aber es ich denke mir auch so, ob es ihr das überhaupt schafft, dann das anzuschauen alles, ne. Ich habe jetzt ja gerade vier Projekte am Laufen. Das ist schon ein bisschen viel. Fällt mir auch erst jetzt auf. Ähm. Ich übertreibe schon gern, aber es gibt so viele Spiele, die es wert sind zu spielen. Gespielt zu werden. Ah, der ist ja schwerer. Und ich habe keinen Speer, gell. Wo ist denn mein Speer? Weil die Blanken fehlen. Ich habe es jetzt da. Ich hasse dich. Bist du jetzt endlich mal fertig? Ja. So. Schon besser. So, einmal Süßwasser, bitte. Danke. Äh, danke. Ich hasse den Hai. Ich mag diesen Mistkerl nicht. So. Kann ich dich jetzt auch zusammenschlagen? Ja, perfekt. Da gehen wir mal ein bisschen Mango essen. Was haben wir hier noch schönes? Plastik. Wunderprächtig. Sämling. Haben wir kein bekommen, aber die Kokosnuss, Kokosnuss, wollte ich sagen, möchte ich jetzt auch gern mal essen. So. Auch das. Ich will immer Brot dazu sagen, ich glaube, das ist eine Kartoffel. Ähm, ja. Dann gehe ich mal schnell Mango-Samen holen. Haben wir zum Glück eh mehr als genug. Geschu. Ein Fässchen. Sehr gut. Einmal frisches Wasser. So. Bitteschön. So. So. Ist es jetzt mit diesen Fakkeln etwas besser? Also mit diesen Lampen wegen Licht? Ich hoffe. Ich sehe es dann eh wieder, wenn ich, ähm, wenn ich rendern muss, dann später. ob ich Blödsinn gemacht habe oder nicht. Ob man später mit dem Bogen eventuell auch den Haifisch damit killen kann. Vielleicht. So. ich muss die Sämlinge weg tun. So. Zack. Und ich sehe gerade, ich könnte tausend Seile produzieren. So. Den brauchen wir auf alle Fälle. Was brauche ich noch? Wie schaut man aus hier? Ich habe jetzt leider wieder so ein Sammlerseil Netz verloren. Jetzt mache ich mir halt gleich zwei. So. Zack. Zack. Das ums Eck herum hätte ich schon gern welche. Das werde ich nicht mehr bekommen, glaube ich. Wow. Nein. Keine Meter. Egal. So. So. Ist hier eine Insel mal in der Nähe? an der ich schon tausend mal vorbei vorbeigeschwommen bin. Da fehlt schon wieder ein Eck. Halt. Wow. Jetzt wollte ich jetzt gerade... Ist zu weit weg, ne? Na, da habe ich Glück gehabt. Schuh. So. Ah, wir können ernten. Das war jetzt gerade sehr passend. So. Diesmal haben wir Ananas-Samen, aber kein Melon-Samen, wie ich hier sehe. Ja. Macht aber nichts. Wir haben zum Glück noch einen einzigen. Oh, oh. Das ist nicht so schön. Das ist nicht schön. So. Einmal Wasser, bitte. Danke. So. Ach, da ist wieder ein Fässchen. Das ist Stress. Stress und Arbeit. Da hinten wäre eine Insel. Ich sollte auch... Ich sollte aber schon mal probieren, da hinzukommen, ne? Nein. So. Vielleicht schaffen wir es noch bis zum Partende. Ich hoffe, die Richtung stimmt so ungefähr. So. Dann werden wir mal wieder was trinken. So. Weil auch wir müssen gegossen werden. So. So. Und so. Und so. Und dann wollte ich eigentlich da oben für uns eine Küche machen. So. Für uns wollte ich eine Küche machen. Schnell reparieren. Da muss ich nochmal die Runde gehen. Was da schon alles eventuell kaputt ist. So. Halt. Was? Warte, was? Genau. Tatsächlich. Da ist etwas kaputt geworden. So. La, la, la. Halt, sind wir schon vorbei? Wo ist die Insel? Da ist sie. Boah. Äh, das wollte ich gerade nicht. So, bitte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auf diese Art und Weise da nicht so leicht hochkomme, weil ich hier nichts habe noch im zweiten Stock. So. Boah. Aber ich merke gerade, ich trottel habe gar keinen Anker. dann hat mir so ein gewisser Haifisch zerstört. Halt. So. Wenn ich jetzt ein Glück habe, kann ich hier noch eine Wand bauen. so. So. Dann. So was. Dann. Okay, dafür reichen die Blanken wie nicht mehr, ist eh klar. Halt. Nichts gesammelt. So muss das ausschauen. Ähm. Immer wenn ich was brauche, habe ich keine Blanken mehr. Das ist so lästig. Da hinten komme ich wahrscheinlich. Aha, das fehlt auch. Das ist natürlich auch hin worden. Ist eh klar. Für den hier habe ich zu wenig von allem. Wobei Schrott und Bolzen hätte ich noch, aber die Blanken fehlen natürlich. Und die sind da oben. Äh. Ah, warte. Ich könnte Glück haben. Ah, uh, ich könnte richtig. Ach so, warte. Genau auf den Haifisch kupft, ne? Oh. So. Okay, ich habe mehr Glück als Verstand. Wie immer. So. Schrott und Bolzen. Wo habe ich das jetzt wieder hingebunkert? Was habe ich jetzt hier drinnen? Schrott und ein Bolzelchen. Das heißt, ich kann diesen mit, äh, Schrotthaken bauen. Der ist nämlich, äh, dies ist im Grunde das gleiche wie der Kunststoffhaken, aber besser. Er ist schneller, haltbarer und kann weiter geworfen werden. Brauchen wir unbedingt. So. Weil, wo ist jetzt das Fassel? Das haben wir jetzt schon gesammelt, ne? Ja, genau. Ich probiere jetzt jetzt mal mein... Mein Glück, wollte ich gerade sagen. Hä? Ah, das hat ja hervorragend hingehauen. Mal schauen, ob ich bis da hinten hinkomme. Tatsächlich. Okay, das ist halt schon cool. Jetzt kann man mal die Planken da rundherum zusammen sammeln. So, der müsste auch noch klappen. Und da hinten, da hätte ich auch noch ein Fässchen. Da ist halt die Frage, ob ich an das Fass noch rankomme. Und da müssen wir den Part beenden. Ja, das geht sich, glaube ich, echt aus. Gut, wenn ich mich noch ein bisschen geschickter hinstelle. Ich liebe diesen Haken. Geilo! Ich liebe diesen Haken. Ich glaube, wir haben Glück und ich kann jetzt mal die Leiter bauen. Ja, passt. So, das hätten wir jetzt schon mal. Jetzt brauche ich nur noch... ...noch mehr Planken. Ich bräuchte sehr viel mehr Planken. Wichtiger als alles andere. Gibt es hier eine Muschel? Da hinten ist eine. Boah, die hole ich mir jetzt noch schnell. Ich will unbedingt das Vogelnest haben. So. Ich hoffe, das geht sich noch aus. Nein, geht sich nicht aus. Gibt es noch mehr Muscheln? Immer nur eine, glaube ich, ne? Ah, scheiße. Da ist noch eine. Die brauche ich. So, schnell weg. Wenn wir Glück haben, können wir jetzt nämlich zwei Vogelnester dann bald bauen. Für unsere Möwen. Boah, wäre das cool. Da würde ich nämlich gern... Hier so eine kleine Anhöhe vielleicht bauen. Und dann dort die Nester drauf. Boah, das wäre cool. Wo sind denn die eigentlich hin? Da. Na, das war so ein Behälter. Genau. Aus Ton. Reiniger, Eimer, Vogelscheuche. Vogelnest. Ach so, wir brauchen Planken. Sachen gibt's. Aber ich glaube, der Baum ist fertig. So, ihr Lieben. Ich glaube, wir beenden den Part. Und im nächsten fällen wir die zwei Bäume. Dann müssten wir genug Planken haben, um hier raufzukommen, um noch mehr Planken zu kriegen. Und dann bauen wir uns die Vogelnester. Ich glaube, das hört sich nach einem Plan an. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.